Ja, wo bin ich denn dahin geraten? Ich kenn mich ja gar nicht mehr aus. Also, ich bin da in der Steiermark, aber... Was, was, ich sag's dir immer fort da vorne, immer fort bei mir einer. Wenn, jetzt, jetzt packt's was auf. Hallo, Sie, Herr Bauernjunge. Da gibt's keiner vorne. Ich sag's, alle biert, alle Leute. Und immer fort stellen Sie sich dran her, was... Entschuldigen Sie, ich hab mich verfahren. Wo bin ich denn da? Ja, bei mir daheim, ich weiß nicht. Ja, entschuldigen Sie, ich hab mich da verfahren, ich hab keinen Benzin mehr. Weißt du was, mein Kollege kommt gleich, der nimmt uns 50 Misch mit, der hat normal für sein Rasenmäher immer was dabei, da schauen wir, ob irgendwas ist, ne? Das ist sehr lustig, aber ich versteh kein Wort. Ja, weißt du was, weißt du was, geh mal mit, geh mal mit, lass es deinen Gewand da. Na gut, dann steig ich aus, aber ich hab mein Hündchen dabei. Was? Ich hab mein Hündchen. Ja, dann kann man irgendwo, irgendwo bring ich dann schon rein. Kann man den nicht nehmen? Ja, sicher. Ich hab ja selber immer Hündchen gehabt. Okay. Okay. Ja, dann nehm ich das aus, ne? Tortina. Ah, mein Hündchen. Wie lang bist denn du, bist schon raus, oder was? Ja, ein Wochenende. Ein Wochenende. Und dann nehmst du... So bitte sehr. Aha. Da trag ich dir das auf, ne? Weißt du, Teipote. Wo sagst du dein Lois Vuitton, oder was, gell? Ja, Neu Vuitton. Aha, ja. Ja, gehen wir mal auf hinein, schauen wir mal, was los ist. Weißt du, Teipote. Hast du eine Stunde drin, oder was? Mit den Leuten, hast du mit den Zugreisten, du? Also, wo führen sie mich denn da hin? Bei mir einig. Weißt du, Teipote, da hast du eine 0,70er Schauer drin, oder was? Oh, das ist aber sehr originell da. Weißt du, Teipote. Nein. Und so viel Biere. Ja, was? Ja, ich bin ja auch gerne in Bayern, ein bisschen. Weißt du, Teipote, wenn man einen magst. Hummere Beste, ne? Hast du den Hunger? Hast du gemeint? Den Hunger hab ich ja schon. Dann riecht ich dir schnell was, ne? Bitte? Eine gute Suppe, oder was? Ja, ich probier's halt einmal. Ja, super. Riecht ich dir was zusammen. Ich verstehe nicht, was wir sagen. Muss ich mal schauen, ob ich wo was anfände, ne? So, wo hab ich jetzt die Scheissuppe, werfen wir schon wieder rein, kurz fix. Das gibt's nicht. Oh! Hab ich dir die Scheissuppe? Hör auf! Was ist das denn? Du hilfst mir jetzt auch, weil ich weiß nicht. Ja, sicher. Schau, ich hab was mitgebracht für deinen Eintopf. Ja, genau. Was hast du denn da schon wieder für eine aufgerissen? Ja, das weiß ich selber nicht. Volleißig, du. Ich hab dir was mitgebracht. Da, Schatz. Ja, genau. Habe ich vorher 14 Tage, 2 Wochen geschlossen, beide. Die können wir gleich dazu eine hauen, ne? Ich brauche nicht einmal eine Suppenwürfel, ne? Die kaufen wir ordentlich aus. So, jetzt schauen wir mal da an, ob die schon fertig greißen sind für Original. Die kenn ich vorher schon aktiviert, ne? Schön angereißend. Du schluchermännchen darf ich anbeten, oder? Was ist der Teufel der? Das wird was Feinste. Das ist was Gutes. Was Feinste. Da gehört schon. Ich sauf nochmal was. Ja, sicher. Ich muss noch aufpassen, dass mir der Egel nicht anbrennt. Was ist der Teufel der Teufel? Was ist der Teufel der Teufel der Teufel? Was ist der Teufel der Teufel der Teufel? Was ist der Teufel der Teufel der Teufel der Teufel? Soll ich Ihnen das zeigen? Das ist super. Segen Sie, aufgeräumt. Und dann einspannen wir mit dem Schussapparat. Habe ich rein. Prost. Ja, das passt genau. Ja, genau. Achso. Du möchtest schon an. Braust du ihn an, dass ich da jetzt habe? Oder wie? Du hast einen Durst. Braust, gell? Einmal. Gesund. Gäbe es einen Hund nix? Mag der nix? Trinkt der nix? Du, deinen Hund kannst auch nicht anordnen in deinen Huppen. Das ist eine gute Idee. Braust du ihn auch, oder was? Nix? Einen Hund brauchst du nicht mehr? Ja dann. Was? Nein, mein Hundchen. Achso, ja. Das ist mein Hund. Das ist aber schon genug drin, ne? Wenn man später nicht redet. Ist denn das da für ein Tier? Das ist ein Fassanhang, ne? Den haben wir da geschossen. Die rennen bei uns überall umeinander, weißt du? Wir schießen die, weil die Beikern für unsere Wortshaken, die ganze Sade aus, ne? Ich würd die Herren so gern verstehen. Aber weiß auch nicht, was die für ein Dialektreden. Da kannst du dich nur auslaufen. Ja sicher. Das sag ich auch. Aber nett sind die Menschen. Prost. Wir bemühen uns. Hey, das ist nicht bei uns. Ist das normal? Da rollt der Gleier, jeder. Da ist Gleier. Ne? Ja, so bis ich dann zu meinem Länge mehr wegkomme, ne? Ja dann, Prost, ne? Prost. Also, ich versteh überhaupt keine Wut mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, so. Aber das Draht schmeckt schon gut. Es wird immer beißen. Das sag ich auch. Das ist schon fair. Wenn du auf 6, dass ich mich trink, das schmeckt mich aber schon sehr gut. Das ist ja sehr viel gesund, weißt du? Was sagst du? Gesund ist es. Aber schon der Ort. Ich hab seit 40 Jahren schon Kontakt. Der Merkweinbrill zopfen jeden Tag zwei Schachtel rein. Und da hat der Arzt gesagt, der Blut hat. Schau, 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 schau. Du. Da haben gleich die Stiften. Also Prost! 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 Ich weiß es schon. Prost, Prost, Prost. Prost, Prost. Heute haben wir aber schon was getrunken! Also ja, das ist ja vor deinem. Das ist oder제�isk? Das ist bei mir dein normaler Mittwoch, das sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber du hast gesagt, es gibt was zum Essen. Jetzt kurz fixen, mir bringt ein Egel. Lässt es mich raus, Wolfi. Hopf, hopf, hopf. Bitte schön, sonst kannst du die Feuerwehr anrufen. Wenn ich nichts zum Essen krieg, ist mir ja gleich schlecht. Kurz fix, kurz fix, kurz fix. Was macht denn der da? Scheißdreck, kurz fix, kurz fix. Ja, was ist denn passiert? Ich muss euch enttäuschen. Was ist denn passiert? Hier, den Egel kann man jetzt nur mehr einatzen. Der ist nichts mehr geworden. Es ist alles hin. Jetzt gibt es nichts zum Essen. Ich kann dich nicht bald schenken, außer grünen oder was, ich weiß nicht. Das ist alles, alles für euch. Alles für euch. Ich verlaute, verlaute, verlaute. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Untertitelung. BR 2018